Hallo zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. So, heute werden wir uns mit Listen beschäftigen. Listen sind ein kleines bisschen anders als Arrays, allerdings hauptsächlich intern. Von außen werdet ihr das kaum bis gar nicht merken und deswegen müsst ihr mir heute sehr, sehr speziell zuhören und vor allem auch sehr, sehr speziell vertrauen, denn ich werde euch das natürlich auch nur erklären können. Ich kann euch nicht genau zeigen, wie das intern aussieht, ohne euch quasi zu überfordern. So, Listen bauen wir erstmal auf dieselbe Art und Weise. Das heißt, wir sagen hier Variable Basic List ist gleich und dann sagen wir hier einfach List Off. Und jetzt können wir hier keinen Typen angeben, wir können einfach hier einige Elemente angeben, wie zum Beispiel 1, 2, 3 und 4 und schon haben wir hier eine Liste, die im Endeffekt alles für uns kann, was wir brauchen. Genauso wie bei dem Array eben auch. Wenn ich jetzt das ganze Ding ausgebe, das ist erstmal natürlich ein riesen Nachteil von sowohl dem Array als auch der Liste. Basic Array machen wir erstmal hier rein und dann sagen wir Basic List machen wir hier rein. So, und dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Für das Array sehen wir hier nur Java.lang.integer und dann sehen wir hier Add355, das ist der Speicherplatz im Endeffekt, wo das ganze Ding hängt. Während bei der Liste sehen wir direkt die Ausgabe. Also das ist schon ganz angenehm. Ich weiß nicht, warum das beim Array so komisch gemacht wurde, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mit einem Int Array definitiv besser ist. Ich glaube, ich habe das noch nicht einmal ausprobiert hier. Müssen wir mal gucken. Ähm, ne, funktioniert leider auch nicht. Das heißt, Arrays lassen sich halt leider, also die haben einfach eine schlechtere ToString Methode. Das heißt, sie können sich, sie werden nicht so schön angezeigt, wie das bei Listen jetzt zum Beispiel der Fall ist. Was, zumindest wenn ihr es häufig ausgeben wollt, schon mal ein kleiner Vorteil ist. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum ihr Listen verwenden sollt. Listen funktionieren intern anders. Also sie haben fast dieselben Methoden zur Verfügung wie Arrays auch. Sie haben fast alles genau gleich zur Verfügung. Allerdings gibt es einige Kleinigkeiten, die anders sind. Und zwar Elemente werden anders verknüpft sozusagen. Bei einem Array lagert ihr euch quasi wirklich im Speicher verschiedene Bereiche an. Das heißt, wenn ihr ein Array der Größe 4, in diesem Fall hat dieses Array Größe 4, ja, dann lagert ihr euch im Speicher einen Platz mit 4 Slots an, okay. Das ist quasi jetzt euer Speicher. Das ist kein Code, das ist Speicher, ja. Und dieser Speicher ist dann einfach blockiert für genau dieses Array. So, und was dann passiert ist, ihr füllt diese Speicherplätze mit variablen Inhalt. Das heißt 1, 2, 3 und 4, okay. Und ja, das ist jetzt im Endeffekt euer Array. Wenn ihr jetzt allerdings ein neues Element hier hinten dranhängen wollt, dann müsst ihr dieses Array hier komplett löschen und ein neues Array anlegen mit 5 Speicherplätzen, damit ihr ein neues Element anhängen könnt. Damit auch wirklich diese 5 im Speicher reserviert sind sozusagen, ja. Und das ist der große Unterschied zur Liste. Listen haben eigentlich gar keinen reservierten Speicherbereich. Dafür haben sie einen Pointer. Das heißt, der sagt ihnen, hey, schau mal, hier fängt diese Liste eigentlich an. Und dieser Pointer sagt in diesem Fall gerade, hey, schau mal hier, das ist das erste Element der Liste. Das heißt, ich mache hier einfach mal so ein, ne, das ist vielleicht nicht gut, ähm, Bodenstrich rein. Das ist das erste Element der Liste. Und von diesem ersten Element der Liste gibt es wiederum einen weiteren Pointer. Das heißt, ein weiteres Ding, was auf das zweite Element der Liste verweist. Und das heißt, der sagt dann, hey, schau mal, hier ist das zweite Element. Und das zweite Element sagt, hier, schau mal, das ist das dritte Element. Das dritte Element sagt, hier, schau mal, das ist das vierte Element. Und das vierte Element sagt, ich bin das Letzte, ja. Also, im Sinne von das Letzte der Liste, nicht das Letzte, so, ne. Okay, ähm, das heißt, es zeigt einfach quasi auf Null, ja. Und dadurch weiß man, okay, das letzte Element ist halt wirklich das Letzte. Wenn ich jetzt allerdings ein neues Element einfügen möchte, dann ist es bei einer Liste überhaupt kein Problem. Dann kann ich hier zum Beispiel einfach sogar an diese Stelle hergehen und sagen, hey, schau mal, ähm, du zeigst ab sofort auf dieses Element. Und dieses Element zeigt ab sofort auf das letzte Element, also auf die vier. Das heißt, ich habe quasi einfach so ein neues Element da reingedrückt. Okay. Und das ist der große Unterschied zwischen Arrays und Listen. Das hat jetzt natürlich einige Implikationen. Ähm, und zwar kann man hier sagen, Arrays, wenn ich da nachschauen möchte, was zum Beispiel gerade an Stelle hier, an dieser Stelle steht, also an 0, 1, 2, 3, an, äh, mein Array von 3, ja. Was da drin steht, dann ist das sofort machbar. Ich muss nichts rechnen. Ich kann einfach sagen, bam, ich nehme das erste, oder ich nehme im Endeffekt das erste Element und rechne da einen gewissen Offset von zum Beispiel immer 32 Bit rein oder sowas. Und dann kann ich direkt auslesen, weil die ja wirklich im Speicher hintereinander stehen. Kann ich direkt sagen, ich lese das Element aus und kein anderes. Das ist sofort erledigt, ja. Das geht super schnell bei Arrays. Und ihr werdet das merken, wenn ihr irgendwas Effizientes programmieren müsst, wie zum Beispiel ein Spiel oder sowas, dann werdet ihr sofort den Unterschied zwischen Arrays und Listen merken. Wenn ihr die ganze Zeit mit Listen arbeitet und häufig nur auf eure Elemente zugreifen müsst, dann ist das Array deutlich schneller. Während eine Liste hat beim Lesen eines Elements nicht ganz so viel Spaß. Da musst du zuerst hierher gehen, also auf das erste Element, dann musst du den Verweis folgen aufs zweite Element, dem Verweis folgen aufs dritte Element, dem Verweis folgen aufs vierte Element. Sprich, wir müssen hier mehrere Operationen machen. Das hier ist eine Operation, ja. Im Endeffekt ist es hier das erste Element plus der Offset zu dem Element, wo wir hinwollen. Und bei der Liste musst du das erste Element nehmen, dann wieder noch ein Element verfolgen und noch eins und noch eins, ja. Und das dauert natürlich ein bisschen länger, vor allem, wenn die Liste wirklich, wirklich lang ist. So, das spricht jetzt alles absolut gegen Listen, das ist aber auch kompletter Quatsch, was ich, also es ist nicht Quatsch, was ich erzählt habe, aber es ist nicht das Einzige. Also Listen haben natürlich noch einige Mechanismen dran, die das Ganze effizienter machen. Das heißt, man kann hier sagen, okay, vielleicht sind sie in beide Richtungen verkettet, dass ich in beide Richtungen gehen kann. Dann kann ich zum Beispiel immer das vorige Element verwenden und das Nachfolge-Element kann ich auch verwenden. Das heißt, ich kann in beide Richtungen laufen und das letzte Element ist wieder auf das erste Element verknüpft zum Beispiel. Also solche Implementierungen gibt es auch. Dadurch wird das Ganze dann nochmal ein bisschen schneller und schneller und schneller. Des Weiteren, wenn ich ein neues Element einfügen möchte in ein Array, dann ist das fast unmöglich. Das ist wirklich, wirklich aufwendig, intern zumindest. Während bei einer Liste, wie gesagt, da kann ich einfach diesen Zeiger hier umbiegen und schon war es das. Oder in dem Fall muss ich beide Zeiger umbiegen und kann dann hier einfach ein neues Element einfügen. Überhaupt kein Problem. Bei einem Array muss ich wirklich ein neues Array bauen, also wirklich einen neuen Speicher anlegen, ein neues Array bauen und dort dann wiederum mein neues Element einfügen und das dann als neuen Typ zurückgeben. Das ist ziemlich aufwendig, weil es natürlich auch auf den Speicher zugreift und neu alles kopieren muss. Das heißt, wenn euer Array wirklich lang ist, müsst ihr es komplett kopieren, bis auf ein Element, wo ihr dann quasi was Neues reinschreiben müsst. Das heißt, da sind Arrays deutlich langsamer. So, jetzt, was solltet ihr verwenden? Naja, im Endeffekt ist es wirklich die Frage, greift ihr häufiger auf Elemente drauf zu oder müsst ihr häufiger neue Elemente einfügen und wieder rausnehmen und wieder neu einfügen und wieder rausnehmen? So Sachen. Das ist im Endeffekt die große Preisfrage und je nachdem solltet ihr euch auch entscheiden, ob ihr eine Liste verwendet oder ein Array. Okay, eine Sache muss man für Kotlin speziell noch hinzusagen und zwar Listen sind hier generell immutable, das heißt nicht veränderlich. Das heißt, was hier passiert ist, wenn ihr hier ein neues Element einfügt, also ich mache das mal ganz kurz hier, sagen wir mal, wir wollen eine Added List haben, ja, also quasi wir fügen etwas zu einer Liste hinzu. Können wir das super einfach machen, indem wir hier sagen, wir nehmen unsere Basic Liste und dann fügen wir das Element 5 hinzu. Und das funktioniert auch ganz gut, aber, was machen wir denn hier nochmal? Wir geben uns einfach mal die Added List aus. So, und das ist im Endeffekt jetzt eine neue Liste. Okay, wenn ich das jetzt hier mit Basic List machen würde, ich könnte natürlich auch sagen, Basic List ist gleich Basic List plus 5 oder ich könnte auch einfach sagen Plus gleich. Das heißt, ist genau dasselbe, wie wenn ich hier 5 einfügen würde. Also im Endeffekt steht hier Basic List ist gleich Basic List plus 5. Der Unterschied hierbei ist jetzt allerdings, dadurch, dass Listen standardmäßig immutable sind, also quasi unveränderlich sind, ist ein neues Objekt erstellt worden. Eine neue Liste ist erstellt worden hier für Basic List und das wurde dann halt einfach in Basic List reingeschrieben, also ein Variablen Name. Das heißt, hier arbeitet ihr nicht mehr mit dem selben Objekt wie hier, also ähnlich wie das bei Erase leider auch der Fall ist. Das heißt, euch bringen diese Listen einen, naja, nicht unbedingt den besten Geschwindigkeitsvorteil hier, außer, also diese Immutable Listen in Kotlin bringen euch jetzt, was Einfügen angeht, nicht wirklich einen guten Vorteil, aber was ihr eben trotzdem machen könnt ist, ihr könnt auf den einzelnen Elementen, die ja nacheinander verkettet sind, relativ effizient viele Operationen ausführen. Das heißt, im Endeffekt ist es schwierig zu sagen, ob ihr jetzt lieber ein Array verwenden solltet oder eine Liste verwenden solltet. Ich denke, das ist auch hauptsächlich Geschmackssache, mit was ihr lieber arbeitet. Ich will euch aber auf jeden Fall beide Varianten zeigen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Immutable Liste, äh, die Immutable Liste, Entschuldigung, das ist die Immutable hier, die wir hier haben. Und die Immutable Liste, die finden wir dann weiter hinten in der Playlist, die aber im Endeffekt auch genau dasselbe kann wie die Liste, nur dass sie eben veränderlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Basic Liste plus gleich 5 rechne, dann ist das immer noch dieselbe Basic Liste. Ja, ähm, und, ähm, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Value draus machen würde, dann könnte ich das hier nicht machen, weil da wird wirklich Basic Liste überschrieben. Während bei der Immutable Liste wird sie nicht überschrieben. So, das war jetzt sehr viel Input, ähm, ich hoffe, euch hat es trotzdem einigermaßen gefallen. Nächstes Mal wird es hier ein bisschen praktischer, da labere ich nicht so viel, sondern zeige euch nur ein paar Funktionen. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.